Yo, ich stelle hier gerade mit Entsetzen fest, dass hier schon wieder durch mich leider echt krass zwischenmenschliche Unschönheiten passieren. Ich gucke gerade auch in die Kommentare unter meinem Video zu Tetris und da streiten sich Max Movement und Phantom Zero so übelst darum, dass er jetzt das Feature gemacht hat und jetzt halt kommentiert hat. Also ich kann das mal ganz kurz zeigen. Hier und hier und hier und jetzt argumentieren die hier übelst und streiten sich und dann hier, hey hast du kein Leben, bist du ein bisschen behindert, bla bla bla, provozieren. Ja und ich habe mir jetzt eine Lösung überlegt, es kommt heute kein Special und ich gehe jetzt einfach mal hier auf die Seite von Phantom Zero. Nehmen wir mal den Link raus und schicke den den Max Movement und schicke den mal ein. Jetzt nehme ich von Max Movement den Link und schicke den dem Phantom Zero und dann erwarte ich von euch, dass ihr euch eine Freundschaftsanfrage schickt und dass ihr euch wieder vertragt. Sauerei.